Das ist der Albert. Das bin ich. Wir zwei suchen zwei Boote. Der Bug sieht aus wie ein Kühlschrank. Die Idee, die wir haben, ist ja, wie gesagt, ein Boot. Was kostet der Pott? 800.000? Ich finde das so scheiße gemacht. Guck dir das mal an. Das ist schlimmer, als wenn ich in mein Bad die Fugen selbst fließe. Das wäre nicht zu teuer. Kanaren, Atlantik, Karibik, Panama-Kanal, über den Pazipi-Rio und dann kommen wir irgendwann in Thailand an und fertig. Knarzt, knarzt. Guck mal. Es ist halt billig. Wenn da viel drin ist, dann nimmst du das Geräusch. Ja, wir drei Pilots suchen ein Boot. Also drei Boote. Ja, super. Das ist das, was wir gesagt haben. Das ist mit den einmal in die Dusche kacken. Keine Ahnung von Booten. Keine Ahnung von Booten. Also, ja, es ist ganz simpel. Wir haben noch kein Boot. Wir haben noch kein Geld. Aber wir sind jetzt hier auf dem Boot und suchen uns mal raus. Wenn ich hier dusche, muss ich das natürlich auch wieder richtig reinstecken hier. Oh, scheiße. Ich habe einen Kumpel, der ist Metzger, der kann es bestimmt besser. Jeder, der einen Cordon Bleu findet, kann das besser. Jeder, der einen Cordon Bleu findet, kann das besser mit dem Buchstraf. Hätten wir auch schön machen können, ne? Ja, das erinnert mich so ein bisschen an die Schule. Als man so mit Gips gearbeitet hat, hat es nie glattgekriegt. Nämlich erinnert das an Baustellen, wo kein Boot zweigespacht wird. Wir sind Piloten und suchen ein Boot. Er eins, ich ein Boot. Brauchen wir da drin? Nicht nur zu. Nee. Also, wir gucken jetzt hier mal, was es so gibt. Also, wir haben unser Lieblingsboot schon gefunden. Das ist kein Thema. Fehlt nur noch der Lottogewinn dazu. Machen wir die Tür zu von innen. Machen wir die Tür. 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 Ich würde schon sagen, Torpedo. Also wenn man das Kuh umdreht, wäre es ein P, wäre es ein Torpedo. Wir haben auch einen neuen YouTube-Kanal aufgemacht, Flying Pilots, ne Quatsch, Sailing Pilots. Sailing Pilots. Und wie gesagt, wir suchen ein Boot. Und die Größe der Boote, die wir suchen, die stehen jetzt mehr da vorne. Da gehen wir jetzt mal hin.